Ich weiß nicht, was auf einmal mit Sam los ist. Manchmal wirkt er auf mich wie Lea. Machst du dir wegen irgendwas Sorgen? Hast du Freunde in der Schule? Freak! Wie kommst du darauf? Du sprichst nie mit mir über meinen Dad. Einrichte ich an ihn? Ich habe etwas Schlimmes getan. Ich habe Sam gesagt, sein Dad wäre tot. Aber das ist er nicht. Ich will mehr über ihn wissen! Nacht, Sam. Ich muss mit Sam sprechen. Er war letzte Nacht hier, ist umhergestreift wie üblich. Sam, was soll das? Ich will, dass zwischen uns alles gut ist. Sam, was tust du hier? Ich wollte ihr zeigen, wo Mr. Williams starb. Und hier ist ein Etwas. Auch hier haben wir uns am besten zu schauen. Ich auch mal etwas geschaffen. Tschüss. Und das ist ein Etwas.